Heute stelle ich euch Leeroy Matata vor. Leeroy ist ein absolutes Powerhouse unter den Influencer-Mitbehinderungen. Egal ob auf YouTube, Instagram oder Facebook, seine Videos werden von zigtausenden Menschen angeklickt. Und das zu Recht, denn sie sind witzig, kreativ und informativ. Was mir bei ihm so gefällt, man sieht, dass mit guter kreativer Leistung man auf YouTube und Co. Erfolg haben kann. Rolli hin oder her. Und er ist witzig. Er ist so witzig, dass sogar ich, alter Mann, ihn witzig finde. Warum? Reinschauen lohnt sich.